Yo, CryptoCrees, letztes Video für heute. Jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Details zu den Projekten, die ich da vorgeschlagen bekommen habe. Jetzt sucht ihr immer neue Projects und wie gesagt, die sind von einem Freund, der ist natürlich verlinkt. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, dann folgt ihm gerne und fragt ihn da selbst. Jedenfalls hat er so gesagt, hey, wenn du Jams suchst, dann gibt es hier dieses Killed und D-Hub und SignFave aktuell. Ist aber schon mega bekannt und kein Hidden Jam mehr, Casper. Hier gibt es übrigens noch weitere drei, aber die kennt man ja eh. Okay, naja, auf jeden Fall so, es wollen alle die 100x, eh klar. Und ja, das könnte es vielleicht. Natürlich No Financial Advice und zu guter Letzt, was ich urlustig fand, das habe ich nämlich schon voll vergessen. Also ich danke dir, haha, weil du hast mich auf Krypto gebracht. Wegen dem mache ich Kohle. Jo, und genau darum geht es mir heilig. Ich informiere gerne die Leute, dass Krypto einfach der Wachstumsmarkt für die nächsten zehn Jahre ist. Und wer da nicht dabei ist, der wird das einfach für immer bereuen. Das ist nur meine Meinung, aber das, ja, so denke ich halt drüber. Jo, und wenn ihr auch so viel Geld haben wollt wie ich, dann folgt für mehr.